Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue eine Dschungelbar im Tempelstil. Und ich konnte es jetzt doch nicht lassen. Ich habe hier einfach mal so ein bisschen Pflanzen hochranken lassen. Zumindest vorne, damit es schon mal wucherig aussieht. Und damit ihr wenigstens ein Teil davon mitkriegt, habe ich hier vorne das freigelassen und werde da jetzt auch noch was hinpflanzen. So ein bisschen altehrwürdiges Efeu, das hier so entlang rankt. Es kann sein, dass sich das Ganze dann nicht so gut spielen lässt, wenn die Pflanzen sich nicht runterklappen lassen. Aber es wird sich schon noch gut genug spielen lassen. Und man ist ja auch nicht ständig zu Hause in so einer Umgebung. Und dann kann das ruhig auch mal ein bisschen verzwickter zu spielen sein. So, jetzt hänge ich... will ich da noch so was? Vielleicht solche noch? Mal gucken. Rote? Ne, das sieht an der Stelle zu spießig aus. Ja, vielleicht hier so von unten hoch rankend. So ein fetter Bewuchs, der sich hier so rein rankt. Ja, das geht. Und das hier nochmal in einer anderen Farbe. Nein. Dies da. Das ist jetzt die gleiche Farbe. So. Höher geht nicht. Also tiefer. Gut. Und hier... So, und das wird dann auch nochmal anders eingefärbt. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu krass. So, ja. Und was mache ich hier in die Lücke? Mal gucken. Ja, im Prinzip gibt es nur diese Base Game Blüten. die man so ranken lassen kann. Und da sollte man tunlichst unten anfangen. Dann fallen die Kästen nicht so auf. Ja, und diese... diese überbordenden kann man auch nehmen. So, jetzt ist es hier aber richtig zugestapelt. Ich gucke mal, wenn ich das runterklappe. Okay. Aber es kann sein, dass es dann beim Spielen doch ein bisschen weggeklappt wird. Im Baumodus ist immer mehr zu sehen als im Game. Ja, und zur Not muss man dann halt... Ah, das kann ich sogar machen. Weil ich habe hier eine Frau. Gut. Klappen wir das mal alles runter. Komm. Warum will das nicht? Oh. Ach. Das war jetzt schon wie... Wie. Also. Ja, da klappt sich was runter. Aber die Zäune bleiben stehen. Das Ganze drumherum bleibt stehen. Hey, das geht doch nicht, Leute. Da kann man das doch gar nicht spielen. Ähm. Nee, hier, die Mauern gehen nicht weg. Äh, ich gehe wieder in den Baumodus. Irgendwas ist da faul. Manchmal spinnt das Spiel ja. Äh, und hier ist der Boden in der falschen Richtung. So. Komm. Hm. Funktioniert nicht. Also. Kerkerhafter Stein. Den will ich jetzt drehen. Na, immerhin, das geht noch. So. Jetzt drehe ich den. Okay, jetzt sitzt das Ganze quer drin. So soll es sein. Und hier mache ich das auch. Und hier auch. Und da oben, da habe ich jetzt auch üppige Pflanzen. Es soll ja alles überwuchert sein. Denn das ist ja typisch für den Dschungel. Und auch gerade für diese, ähm, Süd- und mittelamerikanischen Tempel und so. Äh, die sind teilweise sehr überwuchert. Ja. Ja, man wird da seine Liebe not haben, zur Bar zu kommen. Aber die Sims haben wahrscheinlich keine Probleme. Jetzt bauen wir hier mal eine Bar rein. Das ist ja das Wichtigste. Eigentlich muss das die Tiki-Bar sein. Ja. Mal gucken, in welchen Farben es die gibt. Ja. So. So und so. Ja, das passt fast am besten. Und ist hier ein guter Platz für die Tiki-Bar? Ich denke fast ja. Oder ich mache die hier so zur Seite. Dann kann ich auch noch was dahinter stellen. Mal gucken, irgendwelche tollen Flaschenregale oder sowas. Ähm. Sind die nicht auch bei Deko? Ziemlich weit unten. Ziemlich weit unten. Genau. Sonst nehme ich die gerne in Türkis. Aber jetzt ist hier wohl was anderes angesagt. Ich gucke mal, welche Farbwahlen wir haben. Hey, du sollst da drinnen dich hinstellen. Oh, jetzt ist es weg. Hm. Na toll. Da ist es. Ah! Es ist sogar ordnungsgemäß an der Wand gelandet. Gut, dann nehme ich alles zurück. Es ist in Ordnung. So. Das leuchtet schön. Das ist auf jeden Fall cool. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das hat sowas morbides. Aber dieses gefällt mir fast noch besser. So. Das ist schon ein tolles Flaschenregal. Und wenn man bedenkt, dass das Base Game ist, man kann es ja kaum fassen. Ja, ich denke mal, ich mache die ganze Wand voll damit. Also nicht die ganze Wand, sondern alles, was hinter dem, der Bar ist. So. Ja, und dann kann man die ein bisschen näher heranstellen. Und dann könnte man Barhocker hinmachen. Logisch, muss ja sein. Welche sehen denn am urigsten und dschungeligsten aus? Der da. Nee, den will ich nicht. Tja, schwer zu sagen. Vielleicht diese Drahtdinger. Tja, oder auch nicht. Mal gucken, wie die aussehen in... Ja, so in schwarz-braun. Ich gucke mir erst mal einen an, was da noch für Farbvarianten sind. Ganz schwarz. Tja. Ja, oder so. Nö. So. Mit Dschungelcharakter? Nee. Grautöne. Ja, das passt dann nicht zur Bar. Also ich suche mal was, was zur Bar passt. Dann schon dieses. Passt eigentlich auch nicht richtig. Tü, tü, tü. Tja, schwierig, schwierig. Das ist zu weiß und geschniegel. Dann nehmen wir doch hier irgendwie so ein dunkelbraun. Ah, Barhooker aus Metalleschen. Ich dachte, das ist der, den man selber bauen kann. Ah, das ist der handgefertigte Barhooker. Aber da kann man keine Farben einstellen. Und dieser hier, der ist so richtig aus Metall. Aber der passt... Ah, der da könnte eigentlich passen. Der sieht irgendwie urig aus. Und... Da gucken wir jetzt mal nach einer passenden Farbe. Ja, fast dieses Rötliche. Das passt am ehesten zur Bar. Wenn auch nicht besonders gut. Dann kommst du weg. Und hiervon nehmen wir vier. Gut. Und ich mache das mal zu einer Bar. Weil jetzt ist es noch ein Wohngrundstück. Gut, dann müssen wir noch Esszimmer, Stühle und Tische bestimmt auch. Waschbecken, Toilette, Müllentsorgung, Est-Tier, Stereoanlage, Fernseher und so weiter. Dann mache ich hier gleich mal ein Radio da drüber. Apparate. Nein, Elektronik. Radio, Radio, hier. Zack. Und dann machen wir hier vielleicht diese urigen Tische und Stühle aus Zeit für Freunde. Die sind, glaube ich, am ehesten... Ah, dieses hier da. Ja. Das ist schön urig. Mal gucken, ob das eine passende Farbe ist. Nee, vielleicht nehmen wir was, was auch in diesem, so einem ähnlichen Braun ist. Dann sieht man das wenigstens in dieser grauen Umgebung. Ja, ich gucke mal alternativ diesen hier. Der ist irgendwie schicker. Hm, der ist zu schick. So. Davon brauchen wir mehrere. Jawohl. Vielleicht drei mindestens. Und unten machen wir natürlich auch noch irgendwas. Aber nicht jetzt. Und wir können eigentlich hier auch noch einen in die Mitte stellen. So. Oder nee, da machen wir Freiraum. Und wir stellen dann hier was an die Treppe. Ja, und da hinten haben wir Platz. Da können wir so ein... Ähm... So eine kleine zurückgezogene Ecke machen. Das hat man ja ganz gerne mal. Ich denke mal, ich würde, wenn ich da mit jemandem in so eine Bar gehe, vielleicht ganz gerne da hingehen. Und die anderen könnte man vielleicht hier vor das Fenster stellen. Zumindest teilweise. Ja, jetzt gucke ich mal, wie die Stühle passen. Ich denke mal, da nehmen wir dann die passenden Kneipenstühle. Oder gibt es irgendwas, was dschungeliger kommt? Der sieht so ein bisschen dschungelig aus. Mal gucken. Ja... Also das Muster auf dem Sitzkissen gefällt mir noch nicht so. Aber ansonsten finde ich den ganz geeignet. Oder diesen hier. Nee, der ist ein bisschen zu krass. Und der... in einer anderen Farbe... Nö. Oder dieser da, der Flechtstuhl. Ja, ich finde der ist cool. Gut. Dann gruppiere ich den jetzt mal um die Tische. Ja, komm. Mehrere will ich. So, geht das? Ja, das passt. Dann machen wir hier so Dreier. Und hier... Vielleicht ein Zweier. Vielleicht ein Zweier. Und da auch ein Zweier. Oh. Oh, mit Rechtsklick kann man die drehen. Das war mir gar nicht bewusst. Den Tisch stelle ich jetzt mal lieber hier hin. Okay. Mal von oben gucken. Ja, da kommt man durch, wenn ich da noch einen Stuhl hin mache. Und da passt auch noch einer hin. Okay. Den kann ich sogar ein bisschen näher hier so ranschieben. Okay. Und das ist halt dann das versteckte Eck. Da kann man hier dann noch eine Mauer oder... Ja, vielleicht ziehe ich da einfach bei den Treppen Mauern statt Geländer. Das sieht dann vielleicht geheimnisvoller aus. Also im Prinzip hier und dort. Und mache dann auch hier diese... diese Wand. So. Ja. Prima. Okay. Das hänge ich mal so... Könnte schon da drüber hängen. Und vielleicht mache ich auf den Tischen auch so Kerzenständer. Dann hat das auch so was Uriges. Äh, nee. Beleuchtung. Tischlampen. Wir nehmen hier dieses Urige Flaschenlicht. Wir nehmen hier dieses Urige Flaschenlicht. Und dort auch noch eins hin. Dann kann ich mir überlegen, ob ich hier innen vielleicht auch noch bewuche. Also so ein bisschen mache ich vielleicht zumindest hier neben der Bar. Weil, ja, weil es einfach irgendwie cool ist, finde ich, für so ein überwucherte Dschungelbar. So. So. Gut. Gut. So. 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 Und sehr langweilig. Und hier. Diese hier, die unfertige Ikone, die sieht natürlich eher so mediterran aus. Ja, die passt vom Stil leider nicht. Sonst hätte mir das Überwucherte gut gefallen. Was ist denn mit der? Die säulige Säule. Hm. Die ist so ein bisschen zu perfekt klotzig. Und Dr. Calgors-Säule? Nee, auch nicht. Das wird nicht so einfach, da eine Säule zu finden, die fossile Säule. Ja, das wird doch einfach. Jetzt muss ich nur noch so ein bisschen finster. Oh, das ist fast zu finster. Die ist zu hell. Naja, machen wir ruhig hier finster. Dann setzt sich das da ordentlich ab. Gut. Ja, habe ich genug Beleuchtung? Hier über der Bar habe ich Kerzen. Jetzt mache ich hier mal dunkel. Na, das ist doch schönes, gemütliches Schummerlicht. So muss das sein. Und ich denke mal, im Keller mache ich dann mehr so Disco-mäßig mit Tanzfläche und sowas. Und den Fernseher muss ich mal gucken, wo und ob ich den mache. Ja. Also hier, das mit der Bar gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt muss ich nur einen Winkel finden, wo man da gut reingucken kann. Sonst achte ich ja immer drauf, dass meine Bauten nicht verbaut sind, sondern dass man da gut drin spielen kann. Aber manchmal muss es auch was anderes sein. So, ich denke mal, so gefällt mir das ganz gut. Ja, gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020